herzlich willkommen an tag 52 bei den tageszielen bei anstalt tv heute mal wieder mit paul und mir den basti und wir beginnen jetzt mal heute in der luft all die weil wir müssen beide 100 meter sprung machen und das überleben obwohl paul das jetzt schon übertrieben hat und paul hat es schon gemacht ich habe ich habe das tagesziel ich kann es ja mal zeigen ich kann es nicht zeigen weil ich hier gerade im helikopter sitze wieso kann ich nicht zeigen egal aber was die direkt mal zum anfang damit du hier keinen fehler in der matrix auslöst heute ist tag 53 ja stimmt gestern war 52 ja ich habe das vergessen jetzt liegt einfach daran paul ist vorhin aus wir haben das vorhin schon mal gemacht und sind hochgeflogen dann bin ich einfach disconnected und dann muss man das nochmal machen und paul ist einfach rausgesprungen aus dem helion einer kleinen fallschirm gezündet und das hat anscheinend auch schon gezählt als 100 meter tief fallen und das zu überleben was irgendwie total unlogisch ist weil es eigentlich um freien fall geht und soweit ich weiß ist ein fallschirm kein freier fall aber ich möchte mal wissen wie es aussieht wenn ich so ein ego perspektive aus dem heli springe deswegen mache ich das jetzt warte 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 wann jetzt war das sieht richtig nice aus dass das auch geile aussicht jetzt nicht mehr ich frage mich muss unser helikopter ist weil der müsste vor uns aufschlagen ne der schlägt nach uns auf unlogisch ich höre ihn da fliegt er mir vorbei wo er schlägt er auf bei der kreuz und dort siehst du der schlag spielt auf die straße und doch nicht er könnte der band direkt nein 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 jetzt sehe ich jetzt sind wir vorbei auf dem haus alter maus zumal war in ego perspektive fliegt bei mir viel dauert es viel länger zu fallen das kommt ihr nur so vor weiß wie hoch du warst wir waren fast ganz oben ja so und nach abrollen und schön was die ja ich glaube ich habe gerade beschlossen dass ich die komplette aufnahme in ego perspektive machen werde das komplette aufnahme perspektive paul habe ich immer noch kopfgeld bei dir ja zumindest das symbol aber danke für die erinnerung weil jetzt kann ich meine tagesziele zeigen so ich muss ein last im standing bestreiten 100 meter tief fallen und das überleben was ich ja schon vor der aufnahme gemacht habe und ein kopfgeld kassieren so jetzt probieren wir mal aus den basti wo ist er denn da hier dass das das war jetzt nicht verabschied ich weiß ich stehe ich hab dich nicht mal gesehen wo du mir die nase gebrochen hast das ist aber schön das sieht schon ein bisschen kopfgeld 1000 eingesammelt perfekt so jetzt bin ich dafür moment mal weil ich habe nämlich meine tagesziele sind im capture gta okay das 100 meter tief fallen das haben wir auch gemacht und ein fahrzeug modifizieren aber das ist ja jetzt recht uninteressantes hat wird schon oft genug weil ich habe ja meine tagesziele sind danke was die für diesen satz hilfe ja guckst du das war unangenehm mama ich glaube warte mal darf ich das ich modifiziere das auto verkaufs gleich wieder warte ich klau mir ein auto und komm mit paul ist in der ego perspektive sieht man jetzt nicht mehr viele diesem auto das muss man schon sagen da kommt die poli aua ich sehe nichts was war damit zu scheibe raus ist jetzt ein leichtes problem würde ich mal sagen jetzt sehe ich wieder was ist der mittelscheibe jetzt ist er komplett draußen oder tut mir leid ich muss flüchten dank dir habe ich nämlich zwei sterne dank mir ich habe dich nicht gezwungen mich zu töten was ich bin hinter dir also keine panik dieses auto also dieser ich weiß nicht die schalte erst bei 9000 umdrehungen ja aber bei mir sind es acht der fahrzeug ist zu heiß zum tunen schlecht was du denn ich habe einen debauchery rapid gt ja das wundert sich mal die polizei hat mich gesehen das ist auch polizei jetzt schon aber da kommt man nicht durch scheiße und polizei wir müssen mal die sterne loswerden bin ich auch mal voll dafür bei 200 oder 400 dollar mich nicht ausgeben das target auto ist gut alles klar was die ich habe dich reingeschoben das war es jetzt haben wir einen Tag gefunden das ist eröffnet bei einem also auf das Fall das Prozent flugzeug massiv also ich bin meine sterne los ich bin nicht ganz so jetzt können wir die fahrzeuge abgeben naja meins werde ich nicht abgeben können ja ich muss ein fahrzeug verifizieren und so werde ich meins abgeben danach gleich verkloppen weil der gibt ja um die 8000 glaube ich 9000 meine ist schneller gibt es hier kein Tor hier war doch nur ah nee das ist da vorne ich habe mir gedacht da wäre eins gewesen es war mir jetzt auch gerade so als wäre da ein Tor aber anscheinend nicht fahren wir halt da raus wo wir reingekommen sind dann ist jetzt so aus von innen auf geht ja tut's was die da ist ein Pfosten in der Mitte ja ich habe nach links geschaut um zu gucken ob ich die Kurve krieg ich habe auch nach links geschaut und hab dich voll gegenheizen sehen mein Auto zieht nach links aber hier war doch am Ende immer ein Tor hier Turbostart oder so da steht ein Gabel starten ach den meinst du Hilfe Seitenaufprall guck mal Paul jetzt ist die Garage veröffentlicht ich kann es jetzt reinfahren ich habe den Mechaniker getötet ne doch nicht der steht wieder auf Fahrzeug reparieren das ist ein billig dass du mein Schild ne ja das ist schön wenn du mein Schild aber du musst ihn doch lack ne du musst ihn ja gar nicht lackieren du musst ihn ja nur lackieren wenn du ihn zu Simion bringst oh das ist das Auto gar nicht aber das ist ein neues Auto voll ne doch nicht so das sehe ich ooooh ich habe irgendwie nicht einschätzen können wie lange mein Auto ist ich musste flüchten entschuldigung ach ich habe gedacht es kann auf welche Fensterscheibe reinwerfen oder so ist ja witzig gewesen so Paul was musst du machen entlast ihm standing dann poste du dir das mal bis ich mein Stern wieder los bin das könnte ich allerdings tun das ist ne gute Idee eigentlich warum bin ich nicht auf die Idee gekommen da hinten kommt jemand ich war alles deswegen flüchtig gerade durch den Wasser und jetzt geht es wieder ach so da das jemand was ist das jemand ich habe gedacht du weißt die Polizei nö nö wo soll ich das wissen ich habe hier keine Sterne wie bitte das stimmt aber bloß wenn du hinfällst das stimmt ist das Kontrolltubiert weil du musst dich erstmal neu orientieren also die Steuerung ist ein bisschen schwieriger für dich warte mal ich guck nochmal ganz kurz was ich genau brauche ich habe es schon wieder vergessen ein Capture Kampf Capture GTA sag ich doch ja guck genau das ist nämlich der Unterschied du kannst mich aber einladen ne habe ich gerade ja ich sehe es nicht so schnell Herr Bauer Herr Bauer also ich bin jetzt schon Bauer interessant oder beziehst du das auf mein Orgum von vorhin auf dein Orgum ich weiß nicht mehr was du gesungen hast ok du bist wieder ein bisschen weiter vom Mikrofon weg kann das sein nein gar nicht mehr das kann die überhaupt nicht bereit zu spielen oh ich habe gar keine Munition zu sprengen was ein Jammer ja das San Andreas Schießerei auch in machst du das jetzt auch ne als First Person ja natürlich bis man da mal was gefunden hat ne so erstmal einsteigen so weißt du ich sehe schon eh kaum was durch diese Scheibe und dann macht er sie mir noch kaputt wo fährst du eigentlich hin? zu einem Punkt an dem ich hoffe durchsehen zu können weil alter dieses Gittermuster geht mir schon hart auf die Nüsse gerade als würde ich irgendwas oh da steht ein T20 rum mir ist er nicht er ist noch über mir also muss ich da lang ist er runter gesprungen bin ich das? ja lol wie er gelackt hat können mein guter Freund können würdest du mir gerade endlich verkaufen dass du kannst zum Glück habe ich Best of 5 ausgewählt also ein Sieg schon mal für mich AWP Style ja aber wie heißt es immer wie sagen die Leute so schnell AWP ist voll noobisch ist ja auch voll noobisch weil der einzige Unterschied für dich gerade im Spiel ist gar keiner weil die AWP oder die Sniper ist in First Person genauso wie in Third Person ja ich finde aber die AWP ist schon ein Unterschied also ach Gott was was soll man hier dann nehmen? ja das mit dem Rennen ist ein bisschen gewinnig bedürftig muss ich schon sagen das stimmt noch aufrecht habe ich die Auszeichnung bekommen ach das meintest du mit man sieht nichts? ja die Schüsse gehen da auch gar nicht durch das Gitter ne? ja soviel zum Thema Nubik das meine lieben Freunde das meine lieben Zuschauer das 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 ist nicht armselig das ist das was du sehr lange Zeit dauerhaft gemacht hast aber hey mach ich es noch? nö aber jetzt kann ich ja mal anfangen ach Gott ich habe ja nicht mal einen Raketenwerfer das war ja auch ein Lenkraketenwerfer ja habe ich auch nicht also ich habe schon aber der ist halt leer ja ich habe da gerade etwas auf der Karte äh also beim Spawn gesehen steht das wirklich da? was denn? was denn? geil was du rein denn? ein Auto und ach der Helikopter du Penner kann der irgendwas? fliegen kann der nicht schießen? ja wie soll ich das denn wissen? wenn ich hier ist es habe ich Latschen an nö wohl wir wieder beim Thema Nubik sind was du kannst kann ich schon lange ja du kannst nur nicht treffen ok also ich muss sagen ja das war es schon best of 5 das war es 3 da stand Gewinne mit 3 Runden ach so das bedeutet eigentlich best of 5 was? haben die das gepatcht? oder gewinne 3 Runden dass du weißt du dass du von 3 Runden gewinnen musst ja normalerweise heißt das Gewinne mit äh Stand Gewinne mit 3 Runden und das bedeutet dass man weißt du was der Witz ist? ich bekomme mehr Bargeld als du was? ich bekomme 40 Dollar mehr als du ähm so ist da jetzt ne Capture GTA Capture GTA ja ist ganz dabei Free Mode Events lalalalalala so jetzt müssen wir uns wieder den wunderschönen Ladebildschirm angucken Running Back bleibt immer am Ball in diesem neuen Gegner Modus für Fahrzeuge die Spieler in der Offensive versuchen ihre Läufer über die Linie zu bringen und einen Touchdown zu erzielen die Defensive muss dies verhindern indem sie Offensive blockt und den Läufer abfängt das klingt irgendwie ein bisschen nach äh Football es ist Football es ist Football was? kann nicht sein? nein warte mal ist nicht Capture GTA der Scheißdreck immer Capture GTA ist ähm musst du Autos klauen sag mal vorsicht ne willst du das wirklich bezahlen? eigentlich ne nein ich hab noch Geld und damit bekommst du 540 Dollar mehr komm ich gar nicht ne du bekommst sogar 1040 Dollar mehr du verlierst doch keine 1000 Dollar ja aber ich fähre 500 und du gewinnst 500 das bedeutet da ist eine Differenz von 1000 ja das stimmt allerdings Aua du hast schon einen bezahlt? ja wollen wir das so klar war dass du mich erschießt ach du kleiner du kleiner was Arschkriecher? nee das müsste ich jetzt zensieren du kleiner nein das müsste ich jetzt auch zensieren so ich geh jetzt ein Capture GTA aus ja du hast du wirklich nett das ist unfair oooh arme Basti Scharfschützer und Tusch kann man durch das kann man hier durchschießen? ganz ruhig Basti ich nehme mein Taxi hatten wir nicht schon also von hier aus kann ich dich mehrfach anschießen scheiße das war einer zu viel ne wieso du bist gerade weggegangen gut weil das wäre nämlich der letzte da wäre nämlich zu viel gewesen ich habe dir gerade 5 mal in die Hand geschossen ich sag dazu einfach nichts scheiße jetzt habe ich einen Stern egal du musst jetzt bezahlen tja guck jetzt habe ich nur noch 800 mehr 840 ja 840 oh diese 40 dollar gehst du eine Frau zusammenschlagen hast du schon mal die Hälfte weißt du das ist ja witzig ich kann mir nicht mal meine Munition voll kaufen ich finde das jetzt ein bisschen grenzwertig dass du gesagt hast gehst du eine Frau zusammenschlagen ja die haben meistens Backel dabei also die Männer auch aber das ist das das wirft kein gutes Licht auf dich Basti dass du eher sagst eine Frau zusammenschlagen ich bin eine Frau ich darf das ach so Basti ist eine Frau ok ja hallo ich habe einen weiblichen Charakter ja ach ja ach ja wir haben jetzt 19 Minuten passt genau eigentlich müssten wir jetzt schon fast fertig sein wir sind gleich fertig ich habe ein bisschen Angst dass das wieder so ein 15 Minuten Ding wird oha warte mal das ist kacke ja das ist 15 Minuten Basti wir müssen uns beeilen dann lässt du mich das einfach machen und dann ach du kacke das kann was geben wo müssen wir denn hin müssen wir zum ich habe keine Ahnung wo wir hin müssen wo bist du? beim San also bei dem Mini Flughafen ach beim Sandy Shores Flugplatz ja ich bin beim Sankuro fort zankuro airbase wo ist denn das denn? Militärstützpunkt musst du beim Sankt landen? ich muss beim international airport landen wahrscheinlich ja wenn ich da auch landen muss wäre das hart ungefähr warum? ja weil meiner noch viel weiter weg ist werden wir gleich sehen der ist auch fliegst du auch mit dem Militiert? ja alter auch in Ego? ja natürlich Basti ich habe gesagt ich nehme die ganze Aufnahme in Ego Perspektive auf das ist gar nicht mehr so einfach naja ist ja nur geradeaus fliegen ok mit einer uah also eine Schraube kann man damit auch machen ok also bei mir sieht es stark nach international airport aus ja bei mir auch klingt bei dir auch ein rotes und ein blaues Haus abwechselnd ne bei mir klingt nur ein blaues Haus ja weil es ist rot-blau abwechselnd ne bei mir sind die nebeneinander weil ich aus einem anderen Winkel ankomme bei mir bringt es die ganze Zeit ja wie gesagt weil du aus einem anderen Winkel ankommst der scheiß ist ja jetzt ich muss erstmal umfliegen oder wie man das nennt korrigieren dauert und bist du Paul so ich lache wenn du die Räder vergisst ne ich habe sogar eine Anzeige die Anzeige du hast da doch so Gear Up und Gear Down ja scheiße ich bin drüber weggeflogen ah ne das geht trotzdem so hast du deinen abgeliefert? ja ja bist du da bei diesem das ist das Rennen das ist ja echt total was schießt du hier durch die Gegend? ich habe nicht geschossen wirst du jetzt wieder bei dir gespawnt? ach mama ich werde in dem Chat gespawnt ja das war jetzt aber keine Absicht du hast gedacht das Land ist jetzt bei dir am Flughafen ne? ja ich bin ja auch bei mir am Flughafen du bist bei dir am Flughafen? ja das ist halt unfair wieso? weil wenn du dich umbringst du da spawnst das ist bei dir genauso echt? ja wenn du dich umbringst bist du auch bei dir am Flughafen ja jetzt hast du es doch geworfen das ist unfair ja was? hilfock hast du schon mal einen Schleudersitz aus Ego Perspektive ausprobiert? ich hab's gerade eben ja das war halt sehr umfassig minimal verwirrend Paul das ist jetzt gewöhnt du bist aber viel langsamer als ich und wir haben schon 24 Minuten ich bin jetzt auch schon beim Chat ja aber ich bin schon gestartet ja und? du brauchst halt viel länger als ich ja ok du brauchst auch mal gewinnen du brauchst auch mehr Erfahrungspunkte als ich und du hast das Geld auch nötiger als ich also von daher kannst du uns gerne gewinnen hab ich dir wieder alles angefangen oder nicht? wo seh ich denn das? ähm du hast... das war die falsche Taste bist du ausgestiegen? ja gib doch ein Flugzeug auf ach Basti ein Milchjet wurde von Cookie Hunter zerstört alles klar ich bleib jetzt einfach stehen schön aus ist schon hier von hier aus auch ich seh die Wolken, ich seh ein bisschen statt kann hier ein bisschen umgucken ok, hier ist das Ende aber jetzt ist auch die Scherze geflogen so konzentrieren wir uns mal wieder aufs Fliegen bevor ich noch gegen den Hoch ausklatschen Basti, was wolltest du eigentlich machen, dass du schon wieder dass du es schöner geschafft hast? was wolltest du denn mit F erreichen? ich wollte G drücken ach so was wolltest du damit denn erreichen? die Reifen eigentlich ausfahren wieso ausfahren? um zu gucken ob ich also zu gucken ob ich die drin hab oder nicht ach so, wenn da G absteht dann sind sie drin ja weil ich wollte einfach mal gucken ob sich das auch gleich verändert und so und dann habe ich dort GF gedrückt ach Basti alles klar was denn hast du es verkackt? ne aber ich habe so ziemlich beim Sanderanflug sämtliche Scheiben verloren tja Paul weißt du was ich dazu sag? scheiße gemacht von mir? wenigstens weiß ich welche die richtige Taste ist das weiß ich auch, bloß treffe ich die halt im Dunkeln nicht irgendwo drin tja meine Tastatur leuchtet meine halt nicht tja das ist der Unterschied zwischen uns beiden aber Basti ja ich wollte gerade sagen hoffentlich triffst du Enter damit du für den Freemode stimmen kannst warum sollte ich nicht Enter drücken? treffen, nicht drücken treffen treffen hast du einen Clown gefrühstückt oder warst du mit Peter lustig duschen? ich habe weder gefrühstückt noch war ich heute duschen du bist ja eklig also ich dusche nicht jeden Tag Basti wenn du das eklig findest dann ist das dein gutes Recht aber ich finde das nicht eklig außer im Sommer, da könnte dies eklig sein ja im Sommer dusche ich manchmal sogar zweimal am Tag ja eben bei so 50 Grad im Schatten kann man das auch mal machen so aber das WTF Hilfe ich sehe nicht, wo bin ich? ich sehe nicht mal wie schnell ich fahre alles klar ich fahre gerade ich fahre 220 Meilen die Stunde bei mir ist ne Wand also bis zur Wand habe ich hundert Meilen geschafft so ähm vielen Dank fürs Zusehen heute an Tag 53 der Tagesziele das ist die Liste ist tot ach Basti was machst du denn immer? ich hoffe ihr hattet Spaß und schaltet doch morgen wieder ein wenns heißt GTA Online Tagesziele bei Anstalt TV Tag 84 äh 54 84 hol die hierher lol du bist gestorben du Opfer ich bin anscheinend du Otto ich bin anscheinend im auf das Flug im Sprung auf den Flughafen ich bin auf den Gastanks auf den auf den Tanklas denn gelandet scheiße tja Paul wenn man es nicht kann muss bleiben lassen oder die falsche Taste drücken oder die falsche Taste drücken kann man sich dann aussuchen ja gut ähm also vielen Dank fürs Zusehen heute an Tag 53 alter ne 53 morgen ist Tag 54 du bist so verwirrend Paul ich bin verwirrend so ähm tschüss tschüss